und somit sage ich hey und herzlich willkommen zu einem neuen let's play wir spielen ab heute omno ist von ganz kleinen entwicklerstudio und ich bin gespannt sollen sehr chilliges game sein und vor allen dingen soll auch nicht allzu lange dauern wir können gespannt sein ich hoffe die lautstärke ist okay im moment bin ich wahrscheinlich noch von der musik übertrönt und wir starten ein neues spiel da muss der alte mann erstmal aufstehen ich hoffe die musik ist ein bisschen leiser im spiel weil sonst muss ich sie leider reduzieren da trönt mir ein bisschen zu sehr auf den augen genau so wir sind ich habe keine ahnung was hier passiert ich habe auch keine ahnung warum das hier so ruckelt da saßen vögel im gestrüpp was kann ich denn hier so machen maustasten technisch geht gar nichts halte springen um höher zu springen ah ja ok speicherpunkt ich kenne nur fraggles was bist du hört den ruf brecht auf folgt dem pfad ins licht guten abend patrick jetzt muss ich hier springen oder da ist das kein jump and run oder hoffentlich also kein hektisches nach spring da mal rüber das soll hier aus die unendliche geschichte die wie hieße denn die uralte morla ne hier hast du mal rula ok uns geht es glaube ich ganz gut wie geht es denn dir inkyfox presents wie geht es in deiner hand game bei jonas manke music bei benedikt nickholz oh no und direkt heute operiert alter ok und besser jetzt bist du wieder war das ambulant bist du schon wieder zu hause dankeschön marula das ist toll der initiat das erste legendäre tier geritten die sau das licht der fuchs kurz neuer antrag eintrag wackerlums seid ihr wackerlums hallo 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 seid ihr süß oder seid ihr böse ja gut selbst frisch operiert klar dass es schmerzen sind und ich denke das sollte logisch sein aquipit was soll das jetzt genau ok genau das land schlägt schree hier komme ich nicht hoch da oben ist irgendwas schönes leuchten das ist wieder freckles der freckel hat was fallen lassen bam aha ich muss die säule zum leuchten bringen wahrscheinlich ja du äh ganz ehrlich lehn dich zurück blumibies süß lehn dich zurück nimm dir was zu trinken und schon deine hand sammle mehr energie na gut kann ich hier ne hier kann ich nicht hier stecke ich ich äh stecke fest ok jetzt nicht mehr was bringt mir das eigentlich nix ah die musik ist aber voll schön nun kom dir du komm du komm 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 kann es sein dass das die karte ist ohne erinnerung daran wo meine reise begann fühle ich mich dem licht der neuen welt näher bald werde ich auch durch das tor treten jetzt ist aus ok guck mal krötis hallo klopf klopf kann ich über euren rücken am no war glaube ich zu irgendeinem event eigentlich nur gedacht als spiele vorstellung also hier so als was alles möglich ist und das hat so ein riesen anklang gefunden die haben das spiel dermaßen gefeiert dass er da noch so ein bisschen was was passiert hier gerade was machen sachen dass die das als vollwertiges spiel rausgehauen haben finde ich geil und sieht auch wirklich so schön aus säule vollständig so kann ich hier ich scheine allein zu sein auf meinem weg hinterher lasse dennoch diese botschaften für einen der noch folgen mag für mich für meine erinnerung würde bloß diese endlose regen aufhören was was ist denn mit den steinen hier los ok so viel riesenwürfel ok ich verstehe ja ja irgend so was e3 oder ich mach mal ach so und jetzt muss ich den wieder dahinter schieben und jetzt mal ernsthaft geht noch mehr haben wir noch irgendwo irgendwas vergessen wir eigentlich nicht oder ja nee ist klar von hier komme ich nicht muss weil hier erhöht schön Wer liegt denn da? Ah ja. Wer oder was war das denn? Der alte Mann und sein Rückstock passt ja ganz gut. Der alte Mann und sein Rückstock ist ja ganz gut. Acneia Plateau. Ja gut, okay. Schon ein wenig größer jetzt? Bin ich das? Dash. Oh, ich habe eine neue Fähigkeit bekommen. Okay. Ah, sehr nice. Ich gehe mal hier rechts rum. Hopp. Flums. Was zum Henker ist ein Flum? Das sind schon wieder diese Laufsteine. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 All dies lasse ich zurück. Die Wesen, die Schönheit. Für eine bessere Welt im Licht. Wie wird sie aussehen, die Welt hinter dem Tor? Auch ich werde es bald wissen. Schön. Da ist noch so ein Flumsding. Komm hier aber nicht hoch, oder? Was ist das hier? Ähm. Es ist erstaunlich still. Nur die Rufe eines Altiraks in der Ferne. Aber ich kann nicht länger warten, nicht länger zögern. Das Licht im Tor ruft auch mich. Hier so. Was seid ihr? Frummers. Wie frummen da so rum? Ist auch schön, wie die Bäume sich bewegen, obwohl die so... Ach. Ist echt schön gemacht. Kann man nicht anders sagen. Als wäre es gestern gewesen, dass Brücken und Wege bewandert wurden von den Meinen. Das Flüstern des Windes in den Felsen erinnert mich an die Zeit vor dem Aufbruch. An ein Volk in Harmonie mit allen Wesen. Ich kann nicht mehr so rum. Nein! Kacke! Kacke!